Du hattest drin auch mal so dieses so angedeutet, man hatte ja damals auch nicht so Fernseher und diese ganze Berieselungsindustrie, was wir heute haben und deshalb eben ja auch Theater oder Oper auch gerade so populär war. Könntest du dir auch vorstellen, dass das auch der mit auch so ein Grund ist, warum man auch jetzt so Kastraten dann auch so gut fand in der Zeit, weil das so was Überirdisches war? Ja, die Kastraten hat ja eigentlich die Religion verborgt, eigentlich der Papst, weil er, es durften ja keine Frauen auf der Bühne singen, das war ja verboten, in manchen Regionen zumindest, ich glaube in Venedig war es erlaubt oder so, aber in manchen Regionen durften keine Frauen singen. Und eine Begebenheit ist wohl, dass wohl der, ein Oberhaupt wohl diese Kastratenstimme gehört hat, er wusste natürlich nicht, dass das jetzt ein Kastrat ist und fand das halt so schön. Und daraufhin gab es auch diese Welle, dass mehr und mehr diese, wie soll ich sagen, diese, 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 diese Kastration halt fortgeschritten ist. Natürlich viele Familien hatten gehofft, sie waren arm, dass sie, wenn sie jemanden aus, wenn sie ein Kind haben, der dann wahrscheinlich ein Star wird oder ganz viel Geld verdient und der Familie hilft, ne. Das sind natürlich, viele, viele haben das natürlich nicht geschafft, aber einige schon, sie haben dann auch eine sehr gute Ausbildung bekommen. Und es gibt zum Beispiel auch eine Story von, 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 selbst von Casanova, der vor einer Opernafführung, er ist im Park gewandelt und sah eine wunderschöne Frau, also sehr, sehr attraktiv, schön mit Brüsten und so und fand das so wunderbar und hat auf die ein Auge geworfen halt, ne. Und dieser war dann ein Kastrat, der dann später in der Oper, wo er war, gesungen hat. Und ich glaube, die hatten dann danach auch irgendwelchen Sex oder sowas. Und man sagt eigentlich, dass in dieser Zeit manchmal die Kastraten schöner waren als die Frauen. Ja, sie, es waren nicht alle, manche sind, sind vielleicht, sie haben ja durch diese Hormone, man muss sich so vorstellen, dass sie, sie mussten bis zum achten Lebensjahr, mussten die ja kastriert sein, und dann, damit sie nicht diesen Stimmbruch kriegen, ne. Und dann sind, manche sind halt, sag ich mal, vielleicht breit geworden, haben dicke Hintern bekommen und sind dick geworden. Und manche waren aber auch sehr groß. Und dadurch, dass sie, wie gesagt, manche, die halt schön waren, hatten diesen breiten, trotzdem diese männliche, diesen Brustkorb, wo sie dann eben unmöglich lange Phrasen singen konnten, ohne zu atmen. Was natürlich eine Frau in dem Sinne nicht, sie hat nicht diese Voraussetzung. Und, ähm, und wie gesagt, die haben ja dann ja auch Frauenrollen gesungen, ne. Also sie waren ja dann auch Frauen auf der Bühne. Und, ähm, und Casanova, wie gesagt, also, äh, bestimmt, es war eine ganz verrückte Zeit. Und außerdem waren ja die Kastraten trotzdem auch für die Frauen sehr attraktiv, weil eigentlich sagt man, dass man dadurch trotzdem seine Manneskraft behält, aber die Frauen sind nicht schwanger geworden, ne. Also von daher waren die vielleicht doch super Liebhaber, wenn sie jetzt nicht, sag ich mal, homosexuell waren, oder eben, ich weiß es jetzt nicht, in irgendwelcher Weise. Also eigentlich standen denen doch viele Wege offen, und sie hatten eine, eine super Ausbildung und eigentlich ein super Leben. Also denen ging es besser, als, ähm, vielleicht manchen Frauen, die irgendwo anders, oder die so Mädchenpunks sind, die irgendwo studiert haben, und, äh, hatten die schon Vorteile. Und deshalb, äh, ich will da nicht alles, dass man jetzt sagt, okay, das war jetzt eine schlimme Zeit, und die Eltern, die das halt getan haben, mit ihrem Kind, ja, es ist natürlich auch so eine Sache, ne. Ähm, aber eigentlich ist die Kirche dran schuld. Ja. Naja, ich meinte jetzt auch so, wenn man jetzt so Farinelli betrachtet, der ist ja dann sehr populär, also ich meine, er war sogar in den Diensten, er war sogar Minister später, er war in den Diensten vom spanischen König, nur um für ihn abends ein Gute-Nacht-Lied zu singen, ja, und er hatte Mitrede auch in der Politik und sowas, also er war, er war sehr, er stand sehr gut da, er war natürlich auch sehr reich, es ging ihm bis zum Ende hin sehr, sehr gut, und, und auch Kaffarelli zum Beispiel, das ist der, ich sage mal, der, wo ich sage, Farinelli ist vielleicht eher die Altstimme, äh, und Kaffarelli ist eher der Sopran, und noch mehr Virtuose, würde ich sagen, vielleicht, als Farinelli, ähm, beide bei demselben Lehrer auch, der auch bis ins hohe Alter auch gesungen hat, und dann komme ich nochmal jetzt zurück, weil man sagt, heute haben wir die, die Kontra-Tenöre, die Counter-Tenöre, das ist nicht das Gleiche, die Counter-Tenöre singen, sie sind ja nicht kastriert, sie singen sozusagen mit ihrer Kopfstimme, und das ist auf Dauer nicht, also ich, es ist nicht gesund, man kann es vielleicht für eine gewisse Zeit machen, aber an einem gewissen Alter wird die Stimme, ist die Stimme abgenutzt, es ist nicht, es ist nicht das Gleiche wie ein Kastrat, denn die haben mit ihrer natürlichen Stimme gesungen, deshalb ist es nicht das Gleiche, es wird immer heute oft so erzählt, ja, das sind jetzt die, das ist der Klang, und so müssen die klingen, das stimmt nicht.